Gut, dann habe ich das Ganze notiert mit Beispiel Nummer 1 und Nummer 4. Das spiele ich euch jetzt vor, zweimal jeden dieser Fill-Ins einzeln und dann in Kombination mit einem Taktgroove. Und dann könnt ihr euch das Ganze in Ruhe mal anhören. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal.